und ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren suche nach einem kämpfer bei pokémon technics auf nintendo switch am 5 februar 2022 mit mir und der youtube das besser als hobby und tutok ok zu mir mal weiter da haben einen gefunden wen haben wir um ein neuer empfänger kann er damit nur siegen oder wie auch immer mit pikachu zum glück gibt es ganz vielfachen schaden gegen mich so 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 Da wurde das Mäuschen nass. Ja, Kill Aim. Sorry. Das ist aber auch echt mies. Da wird man neu anfangen und kriegt direkt aus der Gruppe C jemanden als Kämpfer. Das ist echt gemein. Also da muss man sagen, Nintendo, da müsst ihr noch ein bisschen nachbessern. Das ist auch ein bisschen nachbessern. Ich kann natürlich jetzt diesmal mal nicht absichtlich verlieren. Das habe ich ja früher immer mal ganz gern gemacht bei neuen Empfängern. Aber ich will ja mein Ziel irgendwie mal erreichen. Wenigens mal Gruppe C1 zu werden. Okay. Oh, scheiße. Jetzt rück ich mich schon weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.